Hallo, der Toffi aus dem Off spricht wieder. Dankeschön, großes, großes Dankeschön an Balthor und an Marcel für die Bonuspunkte. Guck mal, da habe ich das richtig schön für euch, mich richtig bedankt, oder? Also, ich glaube, eine bessere Bedankung habt ihr noch nie erhalten, oder? Nein, nicht Betankung, Bedankung, das Wort gibt es bestimmt, ganz, ganz bestimmt gibt es das Wort Bedankung. Ähm, nee, so toll bedankt hat sich bei euch noch niemand. Das wollte ich eigentlich sagen, aber das ist halt wieder Toffi-Moment. Während man einfach nur Danke sagen will, erfindet man einfach ganz spontan ein neues Wort. Ist doch mal was, oder? So, und während Vergangenheit Toffi so tut, als würde er in Auto fahren mit seinem Ring, das ist mega lustig, Toffi, wir haben alle gelacht, ich habe schon Seitenstechen, gehe ich mit euch natürlich wieder gerne das, was ich hier gemacht habe, durch, im Off, weil es einfach weniger anstrengend ist, nachzukommentieren, als beim Sport zu kommentieren. Dann habe ich erst gestern wieder gemerkt, wo wir den Just Dance Livestream gemacht haben, so Just Dance 2021 und, äh, meine Güte, hab ich da geschwitzt. Ich habe sogar so hart geschwitzt, ich habe einen richtigen, äh, kann man das sagen? Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Das könnte ein bisschen eklig rüberkommen. Tatsächlich, ich weiß nicht, ich sage es jetzt einfach, hört einfach, hört alle zartbeseiteten da draußen, hört bitte einfach kurz mal weg, okay? Schreckvolle Bewegung, ähm, ich habe, äh, einen Ausschlag bekommen. Ich lasse es jetzt einfach mal auf euch, okay? So, ja, habt ihr es jetzt bildlich vorgestellt, den schönen Ausschlag? Nein, ich habe gar keinen wirklichen Ausschlag bekommen, es war aber ein bisschen rot, meine Haut war tatsächlich ein bisschen rot. Ich glaube, das lag daran, dass ich, ähm, die Hose ein bisschen zu eng hatte. Ich weiß nicht, bin ich fetter geworden? Ist die Hose eingelaufen? Ich bin voll und ganz für die Tatsache, dass die Hose eingelaufen ist. Das ist kein, anders kann das gar nicht sein. Ich bin doch nicht dicker geworden. Malt. Ne, weiter, weiter. Ne, tatsächlich war es ein bisschen, war es ein bisschen rötlicher. Und dadurch, dass ich noch geschwitzt habe, habe ich halt eben dann auch noch Salz auf der Haut gehabt und so. Und dann habe ich mich halt immer die ganze Zeit gekratzt und so. Ich war nicht so schön. Ich war dann zwar noch mal duschen, ganz klar, ne? Wenn man schwitzt hat, dann geht man noch mal duschen. Da, mit dem, mit dem Jucken hat aber nicht ganz aufgehört. Eigentlich wollte ich, habe ich überlegt, ob ich eincremen soll. Habe es dann aber doch lieber gelassen. Weil ich ungerne meinen Körper mit irgendwelchen komischen Sachen einschmiere oder so. Also nicht nur, weil ich jetzt totaler Verfechter dieser ganzen Chemie bin oder sowas. Natürlich sollte man nicht übermäßig viel Chemie auf den Körper klatschen, aber mir geht es haupt. Was machst du denn da, Toffi? Ja, du bist ein ganz toller. Ja, deine Haare sind viel zu lang. 1. März kannst du wieder abschneiden. Ne, tatsächlich war es, ähm, ähm, ist es bei mir halt einfach so, dass ich das Gefühl eklig finde. Wenn ich das irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, mein Bauch oder sonst was drucken, eincremen mit irgendwas. Also ich finde, das fühlt sich eklig an. Oh nein, Suchbrummer! Oh, Suchbrummer! Verwandle dich in einen Baum und warte! Ja, verwandel dich mal in einen Baum, Toffi. Wir haben ja gerade festgestellt, dass du die Masse dafür schon hast. Hast du aber auch die Klasse, ein Baum zu sein? Nicht jeder kann ein Baum sein. Leute von der Waldorfschule werden euch da... ...die Leviten lesen. Die wissen ganz genau, wie man ein Baum ist. Ja, das war wieder ein Klischee, es tut mir leid, ich will natürlich niemanden verletzen. Heutzutage muss man echt aufpassen, was man im Internet sagt, ne? Das fällt mir immer wieder auf. Egal, was du sagst, irgendjemand da draußen fühlt sich auf den Schlips getreten. Eigentlich müsste ich gar nichts sagen. Eigentlich würde ich jetzt hier sitzen und einfach nur... Selbst wenn ich nur atme. Selbst wenn ich jetzt hier sitzen würde und einfach ins Mikrofon atmen würde. Da wären viele Leute dabei, die sagen würden, wieso atmest du denn jetzt ins Mikrofon, ha? Hältst du dich für was besseres? Musst du deine Videos nicht kommentieren oder was? Und vor allen Dingen, wie atmest du denn? Das ist ganz schön lastiv. Weißt du, dass hier Kinder zugucken könnten? Die könnten das ein bisschen zu erotisierend finden. Und dann bringst du unseren Kindern hier irgendwelche Stöhngeräusche, beziehungsweise die ja eigentlich nur Atemgeräusche sein sollen, aber anders interpretiert werden könnten. Bringst du den Kindern dann bei? Genau so muss man sich das vorbestellen, das Internet herzutage. Ne, tatsächlich wollte ich nur kurz drauf hinauslaufen, bevor ich mich jetzt schon wieder abschweife im Thema. Ich wollte einfach nur drauf hinauslaufen, dass ich gestern megamäßig viel Spaß gehabt habe im Stream. Also nochmal ein großes Dankeschön, dass das alles so gut geklappt hat. Das war jetzt der zweite Stream in dieser Woche. Ich habe jetzt mal wieder angefangen und es macht mir wieder Spaß. Ich möchte aber wirklich, ich tue euch einen Gefallen und mir selbst einen Gefallen, wenn ich das nicht zur Regelmäßigkeit mache. Ich werde auf gar keinen Fall hingehen und sagen, wir machen das jetzt wieder jeden, gut, gestern Mittwoch und Montag habe ich jetzt diese Woche gestreamt. Jeden Mittwoch und jeden Montag kommt ein Stream. Das mache ich auf gar keinen Fall. Auch den Zeitpunkt und die Länge des Streams, das will ich alles immer spontan halten, weil ich glaube, euch ist damit da echt nicht, ne, ihr tut euch damit keinen Gefallen, wenn ihr Regelmäßigkeit bei mir erwartet, weil dann werden meine Streams von der Qualität her auch schlechter. Das ist tatsächlich so. Je länger ich mich an irgendwelche Pflichten gewöhne, also so nach dem Motto, je länger ich hingehe und sage, ich mache das jetzt so und so und so in Regelmäßigkeit, dann kommt ein Schlendrian rein und dann zwinge ich mich zu gewissen Dingen und dann wird es auch nicht so schön. Ganz ehrlich. Mal abgesehen davon, dass man sowieso ja, ein Hobby, was ich hier betreibe, nicht zu sehr als Verpflichtung sehen sollte, dann leidet ja sowieso die Qualität darunter, ne. Ganz klar. Trotzdem hat es mir mega Spaß gemacht, auch Just Dance, interessanterweise. Ist Just Dance ein Spiel, bei dem ich gedacht hätte, dass es euch vielleicht auch am wenigsten interessiert, weil ich ja quasi mit euch gar nicht interagieren kann. Aber es haben viele Leute mitgetanzt, fand ich immer richtig geil. Also ihr habt, ich habe dann einfach mal gewartet, bis ich den Tanz angefangen habe, dann habt ihr schnell den Tanz auch angemacht und dann haben wir halt parallel zueinander getanzt. Wir hätten natürlich auch den World Dance Floor nehmen können, aber naja, das Blöde an World Dance Floor ist halt, dass wirklich nur 2021er Songs drinne vorkommen. Oder fast nur. Und viele von euch haben halt 2021 nicht Just Dance 2021 und deswegen habe ich dann gesagt, komm, mach mal einfach Unlimited und ich warte kurz und dann können wir einfach die Punkte vergleichen. Ja, genau. Naja, jedenfalls hat es mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, auch wenn ich sehr, sehr angestrengt war. Vor allen Dingen, weil ich am Tag, gestern am gestrigen Tag sogar schon Just Dance gemacht habe, am Mittag und dann am Abend nochmal. Und ich habe gestern RING FIT aufgenommen. Das, was ihr hier seht, habe ich gestern aufgenommen. Alter, ich habe richtig viel Sport gemacht gestern. Trotzdem fühle ich mich heute noch nicht so, nicht so fit. Nicht so hundertprozentig fit. Aber eine Sache möchte ich mit euch nochmal ganz kurz besprechen und zwar eine Sache, die ich tatsächlich in letzter Zeit ausprobiere und bei der ich da tatsächlich auch das Gefühl habe, dass sie mir ein kleines bisschen hilft. Und zwar habe ich angefangen, richtig vernünftig zu schlafen. Jetzt werden viele von euch da draußen sitzen und denken, ja gut, Toffi, schlafen ist keine Kunst. Du hast jetzt einfach nur angefangen, länger zu schlafen. Ist jetzt nicht unbedingt gerade die große Erkenntnis, oder? Ne, tatsächlich habe ich nicht länger geschlafen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, tatsächlich schlafe ich momentan sogar weniger, aber ich schlafe richtiger. Was bedeutet das? Und zwar habe ich angefangen, kein Kissen mehr zu benutzen. Ich habe irgendwo mal gehört, dass es, wenn man ein Bauchschläfer ist, wie es bei mir der Fall ist, soll man kein Kissen benutzen. Weil der Körper, wenn er auf dem Bauch liegt, ja eigentlich quasi, also auf dem Bauch schlafen ist generell eigentlich keine gute Idee, weil ihr dann halt eben mit dem Kopf nach rechts und links euch drehen müsst, weil logischerweise könnt ihr nicht mit dem Gesicht in die Matratze drücken. Also das erstickt ihr und dann ist Schlafen euer geringstes Problem. Ne, ähm, deswegen kann ich es aber nicht ändern. Ich bin halt Bauchschläfer und deswegen habe ich halt einfach das Notwendigste Übel, beziehungsweise die Notwendigkeit gesehen, ein bisschen was an meinem Schlafen zu ändern und habe dann gesagt, okay, ich benutze jetzt mal kein Kissen. Weil wenn ihr ein Kissen benutzen würdet, selbst wenn es noch so das dünnste Kissen ist. Ihr seid Bauchschläfer und nehmt ein dünnes Kissen, drückt ihr euren Kopf ein bisschen nach oben, weil euer Körper ja natürlich schwer ist und sich in die Matratze drückt, aber der Kopf wird mutwillig nach oben gedrückt, durch das Kissen. Und gerade wenn es noch ein hartes Kissen dazu ist, dann kann der Kopf ja gar nicht nachgeben, so richtig. Und das führt auf Dauer zu Verspannungen. Und das Problem habe ich seit geraumer Zeit. Tatsächlich. Ich habe immer wieder das Problem, dass wenn ich am Computer sitze, dass mir schwindelig wird, mir wird ein bisschen übel manchmal und im ersten Moment würde man denken, ja gut, dann hast du irgendwie ein bisschen krank oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Nee, das sind tatsächlich Verspannungen und das sind extreme Verspannungen. Wenn du, wenn dir schwindelig wird, bei ganz normalen Tätigkeiten wie Sitzen, wenn dir dann schwindelig wird, dann ist der Körper in einer Position, in der er quasi mit diesen Verspannungen nicht umgehen kann. Und dann zeigt er das in dem Sinne, dass er sagt, okay, diese Position, die du jetzt eingenommen hast, das Sitzen ist ja eigentlich eine ganz normale Position, sollte ja nicht große Schmerzen verursachen, aber weil ich eben durch das falsche Schlafen schon Verspannungen habe, erkennt der Körper das als falsche Position an, obwohl du nur am Sitzen bist. Weil beim Schlafen kriegen wir halt einfach gewisse Unannehmlichkeiten nicht mit. Ich kriege es immer nur am Morgen mit. Wenn ich morgens aufstehe und ich habe eben auf dem Bauch geschlafen, mit Kissen, das war bisher immer so, bin ich morgens aufgestanden und habe gemerkt, naja, mein Körper fühlt sich nicht richtig gut an. Also es hat sich ein bisschen, hier ein bisschen gezwickt und da ein bisschen gedrückt und so weiter und ich habe das immer, ja, übersehen, kann man das so sagen? Nee, ich habe es halt nicht beachtet. Es hat mich nicht wirklich interessiert. Ich habe gedacht, ach komm, ja gut, jeder hat Verspannungen, liegt vielleicht an der Matratze, hole ich mir vielleicht irgendwo mal eine Matratze und bla bla bla. Jetzt habe ich tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe wirklich mal versucht, wie es ist, wenn man kein Kissen benutzt. Und Leute, ich sage euch was, es ist die Mega-Umstellung. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, aus diesem Trott rauszukommen? Es ist richtig, richtig heftig, ein neues Schlafverhalten, sich einzutrainieren. Das ist echt fies. Probiert das mal aus. Noch fieser ist es, wenn ihr eure Schlafposition ändert. Das habe ich nämlich auch schon versucht. nicht mehr auf dem Bauch schlafen zu wollen, sondern auf dem Rücken. Ich kriege es nicht hin. Ich brauche wirklich eine Stunde. Das letzte Mal, wo ich das getestet habe, habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich irgendwann aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich schon eine Stunde verschwendet, damit auf dem Rücken zu liegen. Ja, wenn ich überhaupt noch ein bisschen, oder damit ich am nächsten Tag halt genug Schlaf bekommen habe, muss ich jetzt langsam mal einschlafen, habe mich dann kurzerhand auf den Bauch gelegt und dann ging es wieder. Dann bin ich sofort eingeschlafen. Gefühlt. Also natürlich weiß ich nicht, wie lange es letztendlich gedauert hat. Weiß man ja nie ganz genau beim Schlafen. Das ist ja so ein schleichender Prozess. Aber es ist auf jeden Fall deutlich schneller gegangen. Und natürlich ist das Kopfsache. Das weiß ich auch. Also wenn jetzt jemand von euch in den Kommentaren schreibt, Tophie, das ist alles nur psychologisch gesehen und so. Natürlich, das ist Kopfsache. Ihr könnt in jeder Position schlafen. Es sei denn, ihr habt chronische Rückenprobleme oder sonst irgendwas. Dann ist es natürlich was anderes. Dann müsst ihr euch an gewisse Schlafpositionen gewöhnen. Aber ich zum Beispiel habe normalerweise gar keine Probleme mit meinem Körper. Also in keiner Position habe ich irgendwelche Schmerzen oder Beschwerden oder sonst was. Deswegen könnte ich auch auf der Seite und auf dem Rücken schlafen. Weil wenn ihr müde seid, seid ihr müde. Der Körper muss sich entspannen können. Und der Körper kann sich auch in Rückenlage entspannen und auch auf der Seitenlage entspannen. Natürlich ist es manchmal nicht so bequem, aber das meiste, was euch hemmt, ist der Kopf. Und deswegen habe ich es jetzt einfach mal einfacher versucht und es ohne Kissen versucht. Und siehe da, auch wenn es mir schwer fällt, ich wache nachts immer noch ein kleines bisschen auf und habe dann irgendwie das Gefühl, da ist was nicht richtig, weil ich halt eben kein Kissen habe. Trotzdem schlafe ich einfach weiter. Ich ziehe es einfach weiter durch. Und ich habe, kann auch nur Kopfsache sein, ich habe das Gefühl, es ist besser. Meine Verspannungen sind besser geworden. Ich mache das jetzt seit einer Woche ungefähr. Ich glaube, ein bisschen weniger als eine Woche ist das. Und ich bin der Meinung, es klappt einigermaßen gut. Und ich gewöhne mich auch daran, ohne Kissen zu schlafen. Ich finde es echt toll. Doch. Und vor allen Dingen, wenn ich dann halt eben weniger gestresst bin, weil eben, die Verspannungen können einen auch stressen, weil man dann das Gefühl hat, man hat permanent irgendwo ein Wehwehchen. Das drückt auf die Stimmung und das stresst einen. Und das habe ich dann auch gemerkt. Gerade Mittags, die Mittagszeit rum. Da, wo ich, wo der kleine Mittagsschlaf machte, wo ich wirklich endlich mal Zeit habe, was Vernünftiges zu machen. Da haben mich dann eben die Verspannungen immer genervt. Dann habe ich mich vom Computer gesetzt, habe irgendwas gemacht und habe dann gemerkt, ach scheiße, jetzt ist mir schon wieder schwindelig. Ich muss schon wieder eine Pause machen. Jetzt bewegt sie dich mal kurz einen Moment. Aber wenn du dich dann mal bewegt hast, du bist fit oder Just Dance oder sonst irgendwas, dann hast du gemerkt, du bist wieder am Arsch, du bist wieder müde. Dann musst du dich mal kurz wieder hinsetzen. Total übermüdet und geschlaucht. Willst du natürlich auch nichts kommentieren, wenn du jetzt ein Video aufnehmen willst oder sowas. Also das ist alles nicht ganz so einfach gewesen. Deswegen habe ich eben entschlossen, mich zu entschlossen, hinzugehen und zu sagen, probiere es das einfach mal aus und ich kann jedem empfehlen, einfach mal das auszutesten. Es kann da sein, dass es bei euch nicht funktioniert, aber für den Fall, dass ihr die gleichen oder ähnlichen Beschwerden habt, wie ich es habe, dann probiert es einfach mal aus. Ändert euer Schlafverhalten. Ich habe gehört, auf dem Rücken soll man am besten ein, ähm, ja, ein kleines, ein dünnes Kissen verwenden, weil auf dem Rücken ist natürlich euer Kopf ein bisschen überstreckt. Also wenn ihr auf dem Rücken liegt, äh, kann es durchaus sein, dass euer Kopf ein kleines bisschen überstreckt. Und gerade diejenigen von euch, die halt eben wie ich sind und immer gerne ein Kissen haben, die dürfen dann, wenn sie Rückenlage haben, auch nicht darauf verzichten, also müssen nicht darauf verzichten. Sie können sich dann einfach, ähm, ein dünnes Kissen nehmen und dann darauf schlafen. Das soll anscheinend okay sein, wenn man eben mit dem Nacken da so ein bisschen gestützt bekommt. Auf der Seiten, äh, in der Seitenlage, also wenn ihr auf Seitenschläfer seid, da ist es nochmal anders. Oh, war das knapp. Ganz knapp mal auf die Plattform geschafft. Seitenlage ist nochmal anders, weil, ähm, da dürft ihr durchaus ein etwas dickeres Kissen nehmen, weil, ähm, jetzt legt euch mal auf die Seite und legt das Kissen auf die Matratze. Ihr seht, dass euer, euer Nacken total überstreckt. Nach rechts oder links, je nachdem auf welcher Seite ihr liegt. Und, äh, da solltet ihr sogar ein Kissen verwenden. Weil ansonsten, ansonsten entspannt sich das, äh, die Rückenmuskulatur, die Nackenmuskulatur nicht richtig. Die überstreckt, überdehnt dann und, äh, ist dann auch die falsche Position und deswegen solltet ihr dann, äh, auch ein Kissen verwenden. Genau. So viel dazu. Und, ja, probiert es einfach mal aus. Würde ich mal sagen. Nee, Pause gibt es nicht. Tatsächlich hat der Part heute wieder Überlänge. Das ist unglaublich, ne? Nee. Ah, Turmsegler. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe immer lange Zeit gedacht, dass dieses, die, die Scheiben, Scheibenschwung, Scheibenschießen, die Robos abschießen da, dass das mein Hass, meine Hassaufgabe ist, aber, ganz, ganz ehrlich, ey, guck dir das doch mal an. Ich finde einfach, ich finde es einfach nervig, dieses ständige Geziehe und, äh, und richtig präzise kann es dann auch nicht sein, weil der irgendwie, manchmal bewegt er sich zu langsam, manchmal bewegt er sich zu schnell, also irgendwie, weiß ich nicht. Welche werden meine Lieblings, ich glaube, das zur Seite bewegen ist mein Lieblingsding, weil es halt schön einfach ist. Also, ihr wisst, was ich meine, ihr habt da diesen, ihr steht auf einer Stelle und müsst euch nach rechts und links beugen mit dem Körper, um dann, äh, die Münzen einzusammeln, die dann kommen und halt eben, man muss sich zusätzlich noch beugen, um vor den Bomben wegzubeugen, kann man nur so sagen, sich wegbeugen vor den Bomben. Ja, das, das ist, das ist, denke ich mal, meine Lieblingsaufgabe von diesen kleinen Minigames, die hier in diesem Spiel sind. So, jetzt haben wir noch so viel Zeit, ich habe aber gar kein Team, mal mehr. Ich wollte eigentlich über das Thema schlafen und, äh, Kissen, Kissenentzug, das ich habe, wollte ich reden und wie es mir jetzt geht und so und, ja, scheiße, das ist gar kein Thema mehr. Das ist, das ist jetzt echt ein bisschen blöd, sonst muss ich gleich eine Pause machen und überlegt mir ein Thema und wenn ich die Pause gemacht habe, dann rede ich gleich nochmal nach. Ist das was? Für euch macht es ja keinen Unterschied. Ich würde ja einfach jetzt hier ausmachen, meine Aufnahme, meine, meine Voice-Aufnahme und ich schneide es euch dann zusammen. Für euch gibt es gar, ich hätte es gar nicht erwähnen müssen, ich hätte es überhaupt nicht erwähnen müssen, aber ich bin halt ehrlich, weißt du, ich will euch ja nicht im Irr glauben lassen. Das ist jetzt übrigens schon die siebte Aufnahme, die ich mache. Ich stelle das mal vor. Ich stelle mir vor, ich würde das alles zusammenstückeln. Ich hätte das jetzt siebenmal aufgenommen oder halt sieben Teile aufgenommen, ah, fünf Minuten oder sowas und das würde ich dann am Ende wieder zusammenstückeln. Nee, so ist es nicht. Ich habe auf diesen Moment gewartet mit deinen Armen. Yeah. Und meinen Armen. Yeah. Für die Arme. Yeah. Wir kämpfen mit unseren Armen. Unerbarmen. Entschuldigung. Aber der ist ein bisschen übertrieben, der Typ, ne? Ja, ähm, denn der Kampf ist echt heftig, denn wenn ich das richtig, ja genau, hier steht Sieg nur mit bestimmten roten Übungen. Da hatte ich kurzer, kurzerhand das Gefühl, ich müsste mein Portfolio ändern, aber das Spiel gibt einem zum Glück die Übungen vor. Ihr müsst euch darauf nicht vorbereiten. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Klar, ist es natürlich dann auch schwieriger, wenn das Spiel sich für gering schätzige Übungen entscheidet, aber es ging in dem Falle jetzt trotzdem einigermaßen. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, genau. Und ich denke mal, da tun mir die Arme danach weh, ne? Zeigt her, eure Ärmchen. Sind sie nicht enorm, bringe ich sie in Form. Ja, ich habe Wackelpudding-Arme, ja, das ist leider das Problem. Bring die mal wirklich in Form. Ich habe, wobei ein Wackelpudding ist auch eine Form, ne? Ist halt keine sehr, sehr stabile Form, ist halt wackelige Form, aber eigentlich ist es auch eine Form. Und ihr habt es jetzt echt wahrscheinlich nicht gemerkt, ne? Ich habe wirklich einen Cut gemacht. Ich habe wirklich einen Cut gemacht. Ich bin so müde gewesen. Wann habe ich die, wann habe ich das aufge... Ich sehe, so müde war ich zu dem Zeitpunkt, als ich die, die Off-Stimme aufgenommen habe, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wann ich es aufgenommen habe. Wahrscheinlich habe ich es im, im Halbschlaf gemacht. Das ist doch extrem, oder? Ich muss ja auch noch niesen. So, wer kommt aufwischen? Oh, jetzt geht das so ein Hotz hin auf dem Boden. Ne, Quatsch, natürlich nicht. Alter, komm jetzt auf. Ne, tatsächlich war ich mega, mega müde. Das habe ich in letzter Zeit mittags sehr, sehr häufig. Und jetzt gerade in diesem Moment auch. Ich habe gerade eben zum Mittag gegessen. Ich habe den Kleinen zum Mittagsschlaf gebracht und habe dann zum Mittag gegessen. Heute ausnahmsweise mal getrennt voneinander. Normalerweise essen wir immer zusammen. Aber in diesem Falle getrennt voneinander, weil ich, ähm, ja, ich habe was gegessen, was er nicht mitessen kann. Und ich wollte nicht, äh, also ich habe, dann kann ich mich auch ein bisschen besser konzentrieren, das zu machen. Keine Ahnung. So. Jedenfalls habe ich jetzt gegessen. Jetzt bin ich so vollgefressen, dass ich schon wieder nichts mehr schaffe. Stell dir mal vor, ich würde jetzt Ringfit machen. Also ich stelle es mir jetzt gerade vor. Ich glaube, ich würde irgendwie auf den Boden kriegen. Ich würde alle Bodenübungen machen, wo ich einfach nur auf dem Boden liegen muss und irgendwie die Beine bewegen muss oder so. Genau das würde ich jetzt kriegen. Wobei die Arme, das geht, oh man, ne, die Arme. Oh ja, und das tut in den Armen weh. Ich merke es. Vor allen Dingen, eben, ich habe mir da jetzt gerade an die Brust gefasst. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass bei diesen Armübungen, da habe ich ja jetzt wirklich ganz viele Armübungen hintereinander machen müssen, weil wir ja andere Sachen gar nicht nehmen dürfen bei diesem Kampf hier. Und da ist mir aufgefallen, je stärker du die Arme verwendest, umso mehr merkst du das auch in der Brust. Ich habe das immer für so ein bisschen, in der Mythos würde ich das jetzt so nicht sagen, aber zumindest ein bisschen abschätzig bewertet, dass man immer sagt irgendwie, ja, wenn du Armübungen machst, geht es auch auf die Brustmuskeln. Das sagt man ja immer, so wie Gestüfte zum Beispiel, gehen ja auch hauptsächlich auf die Brustmuskeln und nicht auf die Arme. Ich glaube nur geringfügig auf die Arme und eher auf die Brust. Und ich habe das immer so abgetan, habe gesagt, ach Quatsch, ach so, das ist doch alles Armübungen, natürlich geht das auf die Arme und bla 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 und so weiter und so fort. Ne, da habe ich es wirklich gemerkt. Ich habe wirklich gemerkt, dass das ziemlich stark auf die Brust übergeht und bei mir war es halt genau in dem, in dem Mittelpunkt. Also ich hoffe, ich kann das richtig erklären. Da, wo, wenn ich zwei Brüste hätte, zwei große Brüste, da, wo die sich beide in der Mitte treffen, da habe ich die Schmerzen gehabt. Also nicht wirklich Schmerzen, also ein Druck war das. Es war halt ein leichter Druck, den ich dann verspürt habe. Und das war immer, nachdem ich eben gerade hauptsächlich diese Übungen, die ich jetzt hier zum Beispiel mache, solche Übungen gemacht habe, die sehr, sehr stark die Arme beanspruchen, die Oberarme beanspruchen. Da habe ich es dann halt eben im, im Brust, im Brustbein, ich glaube, ich glaube, das heißt das Brustbein, ne, müsste es eigentlich sein. Da habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Und hier musste ich jetzt tatsächlich mal eine Pause machen, weil, echt, ich bin schon, ich bin schon gespannter drauf, wie die andere Übungen wieder werden. Ich habe schon wieder verdrängt, dass es diese Bosskämpfe gab. Wenn ihr euch zurückerinnert, in der Story ist ja eigentlich alles gleich. Jetzt hier im Postgame machen wir die Kapitel ja alle nochmal und eigentlich auch alle Level nochmal. Das heißt, dieser Deltos-Kampf hat genau so auch stattgefunden. Wir hatten damals wahrscheinlich auch nur die Möglichkeit, Armübungen zu verwenden. Genauso wie wir bei, äh, hier, wie heißt, wie heißt sie hier, ähm, hier, ähm, wie heißt sie der Leg Warmer? Ne, die, 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 die Beine verwendet. Äh, wie heißt sie denn, die Rolle? Ja, auf jeden Fall die Blaue. Die Blaue, die immer die Beine verwendet. Ich bin der Meister der Arme und du bist gleich ganz arm dran. Jetzt zeige ich, was ich kann. Genau. Du bist ein mega krasser Dude. Ne, ähm, die, die mit den Quadria, Quadria, genau, wo heißt sie, genau. Ähm, jedenfalls bei der, die Beinübungen. Ich erinnere mich daran, dass das mega heftig war. Die Armübungen waren schon schwer und ich habe es hier jetzt auch schon wieder gemerkt, wie schwer die eigentlich gewesen sind. Aber Beinübungen sind halt echt Hölle, weil du da die Squats machen musst ohne Ende und dann, du bist stärker als du aussiehst. Im Normalfall würde ich mal sagen, fallen mir die Armübungen dann doch ein Ticken, also ein Ticken leichter als die Beinübungen. Also, freut euch schon mal drauf, wenn das Kapitel kommt und der Kampf gegen Quadria kommt. Ich werde sowas von ablosen, bin ich das, bin ich, befürchte. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich befürchte fast, dass es so sein wird. Ja. Und so sitze ich hier und lamentiere über längst vergangene Kämpfe und aber auch bald folgende Kämpfe, während ich jetzt immer noch damit zu kämpfen habe, da aufs Knoten. Nee, wirklich, es fühlt sich gerade. Ich muss das echt mal aufhören, dieses Vollstopfen am Mittag. Du bist dann auch so im Arsch. Kein Wunder, dass ich letztens Mittag schlafen machen musste. Ich hatte mir wirklich eine geschlagene Stunde Mittag schlafen machen müssen, weil ich so im Arsch war. Gut, ich schlafe nachts in letzter Zeit auch weniger. Habe ich ja schon drüber erzählt, warum ich weniger schlafe, beziehungsweise, ja, eben wegen der Umstellung mit Kissen und so weiter. Jawohl! Fühle mich aber trotzdem sehr, sehr entspannt morgens. Aber es ist halt weniger schlafen, das ist klar. Und deswegen hilft es jetzt auch nicht gerade, sich voll zu fressen am Mittag und total im Arsch zu sein, dass ich noch nicht mal imstande bin, 30 Minuten lang im Off zu sprechen, ohne quasi auf den Schreibtisch einzupennen. Ich könnte euch jetzt natürlich auch was vom Pferd erzählen, dass ich hier jetzt nebenher schöne, tolle Armübungen mache oder sowas, damit ich wenigstens so einen Hauch von Fitness habe, auch wenn ich im Off spreche. Aber warum soll ich euch anliegen? Nein, ich bin voll gefressen, sitze hier mit einem dicken, fetten Ranzen und lamentiere darüber, wie schlecht es mir geht. Ein positives kann ich allerdings noch sagen, und zwar kam heute Super Mario 3D World, äh, nee, kam gar nicht an, ich laber scheiße, aber ich habe heute Super Mario 3D World und Bowser's Fury gekauft. Ja, ich habe es ursprünglich mal bestellt, diese Bestellung habe ich allerdings wieder storniert, durch den aktuellen Schnee-Chaos in Deutschland, geht es ein bisschen schwierig mit den Lieferungen, deswegen habe ich mich kurzerhand dazu erschlossen. Also es war schon abzusehen, ich habe schon gesehen, dass das eben nicht ankommt, rechtzeitig das Spiel. Ein anderes, Little Nightmares 2, habe ich auch bestellt, das kam auch nicht rechtzeitig an, das habe ich aber einfach nie laufen lassen, weil ich gesagt habe, gut, das brauche ich sowieso nicht rechtzeitig, nicht pünktlich, aber Mario 3D World würde ich halt gerne mit anderen zusammenspielen und die haben das heute halt auch schon alle und ich wäre dann derjenige, auf den sie warten müssten und dann habe ich gesagt, ja gut, dann kannst du es dir auch runterladen, stornierst du einfach die Bestellung und dann machst du es als Download. Ich bin zwar kein Fan davon, als Spiele-Sammler hat man gerne eine Retail-Version, aber im Zweifelsfalle ist es mir wichtiger, mit Leuten zusammenzuspielen und eben deutlich mehr Spaß zu haben an einem Spiel, als zu sagen, ja gut, ich habe eine Retail-Version, muss dann aber alleine das Ganze spielen, denn ich möchte unbedingt den Online-Modus bei Super Mario 4D World testen. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie geil wäre denn das, bitteschön, wenn es einen Online-Modus bei Ring Fit Adventure gäbe. Also ich meine jetzt nicht, dass man das ganze Abenteuer zusammenspielt, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, aber jetzt stell dir mal vor, man könnte so einen Online-Kraftvergleich machen. Eben solche Übungen zum Beispiel, wer kann schneller, was weiß ich, Ringheben machen. Da gibt es ja diese Power-Phasen, wenn du den Gegner hast. Gegner hast du in einem Mangel, machst du so die Power-Phasen und dann kannst du ja wahnsinnig schnell das Ring heben und dann, was weiß ich, hast du es am Ende geschafft, auf 75 Mal den Ring gehoben oder so. Und das gegen andere online, das wäre mega cool, das hätte ich mit euch gerne mal gemacht. Wäre eine Option für Ring Fit Adventure 2, wenn es dann irgendwann mal kommen würde. Und ja, ich habe es geschafft, Leute. Ich habe tatsächlich auch deutlich mehr Erfahrungspunkte bekommen, weil ich den Trank natürlich verwendet habe. Ich habe zwar ein bisschen mehr gehofft, aber nicht ganz das Armutszeugnis, das ich erwartet hatte. Aber es ist in Ordnung. Also ich meine, wir sind sowieso überlevelt. Ich muss da eigentlich nie übertreiben, aber ich will halt unbedingt den Skilltree noch vervollständigen und das dauert ganz schön lange tatsächlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte vielleicht sogar sein, dass ich den Skilltree gar nicht mehr vervollständigen kann. Die Level kommen ja immer später. Ich brauche jetzt viel mehr Erfahrungspunkte, bis ich ein Level habe und das heißt, ich brauche auch viel, viel länger, um da irgendwas im Skilltree freizuschalten, weil die ja alle vier Punkte benötigen. Das heißt, alle vier Level kann ich was freischalten. Und dürft ihr euch mal ausrechnen, wie lange es noch dauert. So, aber was jetzt gar nicht mehr lange dauert, ist das Ende des Parts, denn wir sind am Ende angelangt. Es ist wieder Überlänge geworden und ich bedanke mich bei allen, die dabei gewesen sind und für die Bewertung, die ihr mir hoffentlich hinterlassen habt. Bis dann. Jetzt schwitze ich erstmal aus hier. Bäh. Tschüss.